Aus. Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt. Und was steht jetzt bei dir an? Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells. Du kannst dort nicht ewig arbeiten. Hab nie drüber nachgedacht. Ich wollte nur aus dem Pflegesystem raus. Rydells Rides ist genau der richtige Ort für mich. Er war wirklich gut zu uns. Ja, das war er. Ehrlich gesagt, der stabilste Ort, an dem ich bisher war. Aber manchmal, ich weiß nicht, ist da dieser Gedanke im Hinterkopf. Wir haben einen Ort. Einen guten Ort, an den wir gehören. Und wir haben einen Plan. Gewinnen. Oh, wir werden gewinnen. Ohne Ende. Hey, Kiddo, ist Yesta? Yo, was ist? Hast du meine Rohrzange gesehen? Die, die du immer Rory nennst? Genau, Rory. Wo ist sie? Hast du im roten Schrank geguckt? Natürlich hab ich da nachgesehen. Da seh ich immer. Vergiss es. Wo war sie? Ähm, sie war... Sie war, äh... Naja. Hm. Bis dann, Rydell. Du weißt, dass wir nicht in jedes Event reinkommen, oder? Für die ganz großen Rennen fehlt uns die Kohle. Du weißt, wer war, äh... ... und alle will vet, hat Aga. Anruf, 1, 2, 3, 4,ta, dann. Ge uns in 50, na'vatt. Cinco, sechs, weißt, wer war, äh... ... und alle will vet, hat Aga. Geh mir ein bisschen ful. Schalke, socker, Drinko, ich mache Backclips. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich hab dich gern vorgelassen. Jetzt geht's los. Wer magst du denn? Das darf ich hier nicht durchgehen. Kein großer Kopf hinter uns. Zentrale, ich fahre den Streetwaster hinterher. Der Hammer! Das ist immer noch mein Rett. Zentrale, Preise kommt dazu und ist bereit, das Ziel auszuschalten. Mein Geld gehört mir! Wow! Tut mir leid! Stolpe hier! Wir nehmen die Bevölkerung auf! Stolpe hier! Stolpe hier! Wir nehmen die Bevölkerung auf! Stolpe hier! Wir lassen sich nicht... Wir haben Gesellschaft! Wir haben Gesellschaft! Was stimmt mit dem Klau nicht! Die werden bestimmt gleich aufgeben! Die Zentrale! Wir haben das Ziel verloren! Verfolgung abgebrochen! Gut gefahren! Wenn Rydell das nur gesehen hätte! Dein Ernst? Der wär durchges-